Der russische Präsident Dimitri Medvedev erlässt einen Verhaltenskodex für den russischen Touristen in Österreich. Lieber Russe, liebe Russin, ist der schön? Dein Urlaub? Das freut mich. Ich hoffe, du genießt in diesem schönen, fremden, kleinen Land voller Tradition jede Minute. Rass nicht, wenn du auf der Piste bist. Ich meine, auf der Skipiste. Abends auf der Piste kannst du eh Gas geben, aber nimm dabei nicht zu viele Drogen. Drogen! Immer Drogen, Drogen gefährdet die Gesundheit und vernebelt den Blick auf das Wesentliche, nämlich den Champagner. Wasch dich, bevor du abends fortgehst. Aber hau dir nicht einfach Wasser ins Gesicht, sondern wasch dich mit Stil. Rohes Benehmen gehört sich auch nicht. Wer sich gut benimmt, bekommt in österreichischen Lokalen auch mal Rabatte. Ehe das Resultat deiner nächtlichen Tour negativ ausfällt, geh lieber in dein Hotelzimmer zurück und dann solltest du dir nur noch eine Frage stellen. Wie liege ich? Wie liege ich?